Es ist im Endeffekt nur verdienter Niederlande. Wir starten jetzt nicht neu, sondern wir starten mit einem Minus in die Rückrunde. Die Ecke kommt, Kopfball und Tor! Durch Reiner! Das Wichtigste sind die drei Siege und so müssen wir weitermachen. Die Fans hören so, das war der beste Moment, den ich seit einem langen Moment hatte. Tor! Marco Reus knallt den Ball über die Bauer! Es fühlt sich gut an, es fühlt sich geil an und es macht heiß auch mehr. Wir hatten eigentlich komplett die Kontrolle gehabt. Fiat loswerden Auch! Fiat loswerden Fiat loswerden Das Tor! Der Mindset war nicht das beste für die zweite Halbzeit. Daniel Mann! Es sind nur vier Spiele gespielt, es ist noch gar nicht vorbei. Also ich glaube immer noch daran. Da kommt der Kopfball! Und die Jemi köpft den Ball ins Tor! Ja! Ja! Das Spiel ist aus! Borussia Dortmund ist nach dem 33. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ich habe das Gefühl, dass wir alles in dieser Saison erlebt haben, damit wir die richtige Antwort finden, um nächste Woche den Heimsieg einzufahren, der uns dann endlich dazu bringt, die Meisterschale zurück nach Dortmund zu bringen.